Na, mal wieder den Überblick verloren über die ganzen Monster, die ihr mittlerweile alle gelevelt habt und ihr habt euch gedacht, hey, ich muss doch jetzt mal irgendwie was zusammenruhen können bei dem, was ich so gefarmt habe und ihr habt schon mal darüber nachgedacht, die Autogravur zu nutzen, dann würde ich euch den Hinweis geben, denkt nochmal darüber nach, weil die Autogravur ist nicht so toll und in dem Video werde ich euch heute nochmal mitteilen, warum ihr tunlichst nicht die Autogravur nutzen solltet und welche Gründe es gibt, dass eher euer Account noch schlechter wird, als dass er besser wird durch die Autogravur. In diesem Sinne, wir starten rein ins Video. Kurzer Hinweis allerdings für die Leute, die in Summoners War vielleicht noch Geld reinstecken wollen, es ist jetzt wieder die Huawei App Gallery am Start, die ist ja schon den ganzen Juni am Start, aber jetzt auch bis zum 19.06. ist jetzt wieder zusätzlicher Cashback aktiv, also diese ganzen zusätzlichen Prozente sind jetzt wieder mit aktiv, die ihr auf jeden Fall nutzen solltet, wenn ihr plant, in SWE Geld auszugeben. Ich habe ja schon das ein oder andere Paket dort gesehen, da auf jeden Fall dann mit in die App Gallery reinschauen, weil ihr habt ja jetzt aktuell immer noch diese Diamantensysteme hier am Start, wo ihr quasi für Echtgeld Diamanten bekommt, also eine kleine Mini-Zwischenwährung. Und mit dieser Währung könnt ihr dann Cashcoupons einlösen und mit diesen Cashcoupons könnt ihr dann wiederum bezahlen, also eine Art Zinsssystem, was ihr benutzen könnt, um dabei auch noch gleichzeitig Geld zu sparen. Und gleichzeitig am Ende noch für die Leute, die schon mehr noch ausgeben wollen in SWE, haben wir noch ein VIP-Programm, wo man ordentlich Geld sparen kann und natürlich auch das Loyalitätsprogramm, wo man auch noch verschiedene Coupons zurückbekommt, je nachdem welches Loyalitätslevel man so erhält. Die Coupons kennt ihr sicherlich schon und gerade jetzt, wo SWE wahrscheinlich wieder die ein oder anderen Pakete am Start haben wird, wollte ich den Hinweis ja an der Stelle nochmal loswerden. Also wenn ihr nochmal Geld ausgeben wollt in SWE, dann checkt die App Gallery auf jeden Fall aus. Die ganzen Links dafür sind unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. So und zuallererst, bevor wir jetzt gleich die ganzen Gründe so ein bisschen erläutern, warum das Autogravur-Tool nicht so toll ist, schauen wir uns mal vorher an, was ist die Autogravur überhaupt? Die Autogravur legt für euch Runen auf eure Monster, gerade vor allem für die Spieler, die vielleicht mit dem Thema Runen nicht so gut umgehen können. Also wenn ihr jetzt hier einen Monster habt, so wie die gute Kabila hier am Start und ihr sagt jetzt hier, okay, ich habe jetzt so gar keine Ahnung, wie man die runet und wollt euch mit der Autogravur helfen lassen, dann schlägt euch diese Autogravur-Tool Runen vor, die vor allem auf euer Runenlager zugreifen. Das bedeutet auf dieses Lager hier und vor allem ist hier der Blick und der Fokus auf unangelegte Runen. Das heißt, angelegte Runen auf Monstern, die nun schon beruhend sind und gerade wenn ihr vielleicht ein neuer Spieler seid, habt ihr vielleicht schon ganz viele Monster beruhend und habt aber eigentlich gar keine Ahnung davon, ob das jetzt gute Runen waren, die ihr raufgepackt habt oder nicht. Vielleicht sind auch schon richtige Brecher-Runen auf bestimmten Monstern, aber vielleicht nur falsch einsortiert oder ansortiert. Dann wird euch diesem Tool hier an der Stelle leider nicht helfen und das ist für mich auch schon ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Warum werden nur die unangelegten Runen betrachtet und warum werden nicht alle Runen betrachtet? Das ist allerdings nur ein kleiner Punkt in der großen Kritik, die ich gleich noch habe mit dem nächsten Punkt. So und neben dem, dass ihr jetzt nicht alle Runen bekommt, da kann man vielleicht nochmal drüber hinwegsehen, dass man sagt, ja gut, zur Not entruhne ich halt alle meine Monster und dann kann er das Autogravotool so seine Kunst vollführen und mich unterstützen beim Runen. Könnte man jetzt ja denken, ja, wäre eine logische Folge, aber hier kommt noch viel mehr ins Spiel, was eher dazu führt, dass euer Account schlechter wird, als dass er besser wird. Und hier gucken wir uns mal das Beispiel mit Mantura an. Wir sehen hier einen Mantura, der auf Qual Energie geruhend worden ist. Natürlich muss man dazu mal im Kopf behalten, es werden natürlich nur die Runensets ausgewählt, die auch auf deinem Account verfügbar sind. Wenn du jetzt kein Qual Fokus beispielsweise hast, was hier tendenziell eher für Mantura ausgewählt wird, wenn man sich die Nutzerstatistiken anguckt, sehen wir hier, dass ein Großteil der Nutzer Mantura auf Qual Fokus geruhend hat, dann ist natürlich, wenn man Qual Energy hier ausgewählt bekommt, dann weiß man schon, okay, anscheinend habe ich nicht so die optimalen Runen dafür. Allerdings, was das vier größere Problem dabei ist, ist gar nicht, dass man nicht die passenden Sets dafür hat, sondern, dass der Fokus hier zu sehr auf das Thema Set-Effekte gelegt wird. Also, hier ist es anscheinend für Komturas sehr wichtig, dass Mantura auf jeden Fall Qual besitzt und ein Energy-Set, aber die Werte, die diese Runen mit sich bringen für Mantura, scheinen Komturas komplett egal zu sein. Und das ist für mich ein großer Fehler und damit so dieser typische Satz, den ich häufig auch vielen Anfängern sage, guckt nicht so viel auf die Runen-Sets. Schaut darauf, dass eure Monster die Werte einhalten müssen, die Mindestwerte für bestimmte Inhalte in Saronis. Beispielsweise, ich sage mal ein Beispiel, wenn ihr in den Turm der Prüfungen geht, sollten alle eure Debuff-Monster, also beispielsweise Mantura hier, sollten mindestens 45 ACC haben. Oder bestimmte Speed-Level, wenn ihr gar keinen Speed-Tower im Turm der Prüfungen habt, dann müsst ihr mindestens plus 75 Speed haben, damit ihr schneller werdet als alle Gegner. Ja, damit ihr die erste Runde bekommt und vor dem Gegner kontrollieren könnt oder den Gegner kontrollieren könnt. Und wenn ihr euch jetzt mal den Mantura hier anschaut, der hat 17 ACC. Mit 17 ACC kann der Debuff funktionieren, aber es ist halt ein extremer Gämbel. Extremer Gämbel und deswegen, diese Z kann funktionieren, weil ihr vielleicht mal einen Qual-Stun bekommt, der nichts mit ACC und Resistance zu tun hat. Allerdings, eure Debuffs werden mit 17 ACC wahrscheinlich nicht landen. Und deswegen ist Mantura, oder ja, deswegen ist es für mich auch ein großer, also nicht so gut, dass ihr die Autogravur nutzt, weil ihr hier schon seht, okay, hier wird sich nur auf Runensets beschränkt und gar nicht auf die richtigen Werte, die mein Monster haben muss, weil darauf kommt es eigentlich an in Summoners War. Der nächste Punkt, warum ihr keine Autogravur nutzen solltet, liegt vor allem in der Mana-Situation. Wenn ihr Mana-Probleme habt oder gerade vielleicht noch am Anfang seid und mit sehr langen Dungeon-Zeiten euch rumquält und dadurch halt nicht genug an gut Mana kommt, wollt ihr ja auch die Mana, die ihr ausgebt, möglichst nicht verschwenden. Und deswegen solltet ihr auch wiederum nicht die Autogravur nutzen, weil genau so was macht ihr dann, oder könnt ihr dann wahrscheinlich machen, wenn ihr nicht genau hinschaut. Geht mal hier auf, wenn ihr jetzt Lisa uns mal anschaut. Lisa ist ja ein Monster, was man vielleicht für ein Raid spielen kann. Und durchaus kann man sie auch auf Gewalt spielen. Ja, das ist durchaus möglich. Allerdings, die Stats, die man jetzt hier wieder sieht, hatten wir ja gerade. Die Stats sind meistens ganz, ganz murksig. Und ein viel größeres Problem beim Thema Mana spielt jetzt hier in dem Slot 4 nämlich eine Rolle. Wir sehen hier, dass die Autogravur dem Spieler vorschlägt, eine unaufgewertete Rune auf Lisa zu platzieren. Warum ist das schlecht? Unaufgewertete Runen haben den großen Nachteil, dass man noch nicht erkennen kann, anhand der Sub-Eigenschaften, welches Potenzial sie haben. Wenn wir uns mal den Wertebereich angucken, dieses eine lilane Rune, wenn wir die jetzt auch plus 9 aufwerten, könnte sie noch dreimal rollen in den jeweiligen Wertebereichen, die wir hier links sehen. Das bedeutet, wir könnten jetzt noch eine Entwicklung dieser Werte sehen, in Form von entweder, ich sage jetzt mal, wir kriegen 24 Speed, wir kriegen ordentlich viel Resistance oder wir kriegen, was wir gar nicht haben wollen, einen hohen Wert an Crit-Schaden. Und HP-Prozent-Rune mit Crit-Schaden ist was, wo du eher dann sagst, oh, die möchte ich eher verkaufen und nicht auf Lisa packen. Und deswegen ist es so, wenn ihr die jetzt ausrüstet, dann ist die drauf und ihr könnt ja die Rune nicht umsonst wieder runternehmen. Das bedeutet, ihr müsstet dort wieder Mana investieren und ihr investiert vielleicht auch nochmal Mana für das Aufwerten. Also nicht nur vielleicht, sondern garantiert werdet ihr auch noch fürs Aufwerten Mana benutzen. Das heißt, ihr werdet, gerade wenn ihr viele Runen, also wenn ihr alles mit Autogravur ruht, dann verliert ihr einfach eine Menge Mana, die ihr euch sparen könnt, wenn ihr diese Tool einfach nicht nutzt. Der nächste Punkt, warum ihr die Autogravur auf jeden Fall nicht nutzen solltet, ist aus meiner Sicht, dass sich bei der Grundlage für das Finden dieser Werte, also wie berechnet wird, welches Runen-Set jetzt das günstigste ist für euer Monster, dass sich dabei in den Statistiken auf alle Spieler berufen wird. Also auf den Durchschnitt aller Spieler wird hier geguckt und wird geschaut, okay, das machen die restlichen Spieler so und deswegen solltet ihr das auch so machen. Ich kann euch sagen, alleine schon diese Herangehensweise ist eine ziemlich komische, weil der Durchschnitt aller Spieler ist meistens nicht das Beste, was ihr rauskriegen wollt. Wenn ihr euer Monster beruhnt, wollt ihr ja wissen, wollt ihr es ja wahrscheinlich verbessern. Ihr wollt es ja nicht schlechter machen oder ihr wollt es ja nicht nur durchschnittlich machen. Ihr wollt ja wahrscheinlich, wenn ihr euch hinsetzt, eure Zeit investiert, wollt ihr ja, dass eure Monster funktionieren, dass sie besser werden, dass ihr Spaß daran habt. Ja, das ist mit der Autogravur nicht möglich, weil ihr quasi die Runen-Statistiken anhand der Durchschnittsspieler von einem Server gesammelt werden, so wie es hier auch steht. Die Statistiken werden auf Grundlage der 6-Sterne-Monster von Beschwörern deines Servers gesammelt, einmal im Monat und einmal im Monat aktualisiert. Das heißt von jedem Beschwörer, nicht von den Top 10 beispielsweise oder nicht von den Top 10.000, sondern es werden einfach alle. Und dadurch, dass Summoners Warrior einige Spieler auch hat, vermischt sich das Bild deutlich und verwässert und sorgt dafür, dass wir jetzt im Endeffekt auch dann Runen vorgeschlagen bekommen, wo wir es jetzt mit Chiho mal sehen, die dann teilweise auch das Monster komplett falsch runen. Also der Durchschnittsspieler muss nicht immer Ahnung davon haben, wie man ein Monster runen. Gucken wir uns mal den guten Chiho hier an. Chiho ist ein Monster, was geruhnt wird. Normalerweise auf Gewalt ist schon nicht so verkehrt. Wieder leider das Thema mit den Runen-Sets spielt hier wieder eine Rolle. Und dann muss man oder sollte man auch ein bisschen gucken, dass der gute Mann Crit-Rate hat. Warum Crit-Rate? Weil der in seinem Skill-Kit eine Interaktion drin hat, die dafür sorgt, wenn er eine Crit-Rate hat, kann er damit noch vorteilhafte Effekte von Verbündeten runternehmen. Wir gucken uns das mal an. Deswegen ist es immer wichtig, dass man die Skills sich zuerst der Monster durchliest, um dann vielleicht so einen Eindruck zu bekommen, okay, wie spielt man den vielleicht. Und dann sehen wir hier, dass der gute Chiho hier mit dem alter Ego-Angriff die Möglichkeit hat, ganz unten vorteilhafte Effekte zu entfernen, wenn man kritische Treffer landet. Das bedeutet, jetzt der Vorschlag, dass man sagt mit der Autogravur, wir verlieren sogar noch Crit-Rate, der macht euren Chiho sogar noch schlechter. Also das bedeutet, es ist einfach völliger Quatsch, das so zu runen. Und teilweise geht es auch komplett am Ziel vorbei. Und hier hat man sich halt wahrscheinlich am Durchschnittsspieler orientiert, der aber selten seine Monster richtig runnt. Zumal man dazu auch noch sagen muss, dass Chiho wahrscheinlich auch in diesem normalen Runen-Bereich, in dem wir jetzt hier gerade sind, wir sind ja gerade nicht in der Welt-Arena, dass Chiho in diesem normalen Bereich mittlerweile gar nicht so oft gespielt wird. Also das bedeutet, man kann sicherlich alle Monster irgendwo spielen, aber wenn ihr damit auch Spaß und Erfolg haben wollt, dann würde ich das nicht hier tun. Also Chiho ist nämlich ein Monster, was man vielleicht im Gehen- und Belahrungskampf spielen kann, aber am besten performt er wahrscheinlich in der Realtime-Arena. Und ja, dafür gibt es keine Autogravur und das ist auch gut so aus meiner Sicht, weil wenn denn so eine Werte dabei rauskommen, dann ja schwierig. Also die Autogravur hier wieder ein Faktor, der hier mit reinzieht, dass eure Monster-Fertigkeiten gar nicht berücksichtigt werden und das auch von dem Durchschnittsspieler anscheinend, das nicht berücksichtigt wird und nicht von den guten Spielern die Stats herangezogen werden, die euch dann vielleicht weiterhelfen. So, der nächste Punkt, warum ihr die Autogravur nicht nutzen solltet, ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt und der spielt darum um das Thema Teams. Weil in Summoners War ist selten der Fall, dass ihr nur Monster ruht an sich, also nur ein Monster ruht solitär an sich für sich selber. Das ist sehr selten der Fall, nämlich vor allem dann, wenn ihr vielleicht einen einzelnen Farmer spielt, den ihr im Szenario spielt. Dann ist der quasi das Monster, was alle anderen durchzieht. Aber das ist eine Ausnahme, die es sonst im restlichen Spiel nicht gibt. Und deswegen guckt ihr vor allem, wenn ihr Monster beruhnt in Summoners War, guckt ihr vor allem auf Teamkomposition. Also ihr spielt ein Monster, in dem Fall haben wir jetzt mal einen guten Bulldozer hier rausgesucht. Und Bulldozer spielt man häufig in der Kombination mit Emacity und mit Kupfer. Muss auch nicht immer mit Kupfer sein, kann auch mit anderen Monstern sein, aber vor allem in der Kombination mit Emacity, manchmal auch mit anderen Monstern. Beispielsweise habe ich auch schon so etwas wie Rackuni gesehen. Je nachdem, mit welcher Kombination ihr den spielt, können sich eure Runenanforderungen und vor allem auch die Anforderungen an die Werte des Monsters verändern. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal die Autografu nutzen würden, weiß der ja gar nicht, weil hier nirgendwo abgefragt wird, in welcher Monsterkombination spielst du Bulldozer, wird dir gar nicht abgefragt. Das heißt, der kann dir deine Runen auch gar nicht verbessern, weil er ja gar nicht weiß, wo du Bulldozer benutzt. Und in welcher Teamkomposition. Wir können ja mal das Beispiel durchgehen, weil wenn wir uns Emacity anschauen, die dritte Fähigkeit von Emacity kann Verteidigung waffen und Crit-Rate waffen und demjenigen Verbündeten, der ausgewählt wird, sofort eine Runde geben. Das bedeutet, gerade für so Monster wie Bulldozer, die verteidigungsbasierenden Schaden machen, also wenn die sehr viel Defense haben, können die noch mehr Schaden machen. Das bedeutet, gerade wenn sie den Defense-Buff bekommen, ist das erstmal sehr schön, ändert sich jetzt an den Runen-Voraussetzungen noch wenig, aber vor allem, wenn sie den Crit-Rate-Buff bekommen, bedeutet das, dass sie 30% Crit-Rate einfach so obendrauf bekommen. Was für eure Runen wieder den Impact hat, dass ihr quasi die Crit-Rate nicht auf 100% spielen müsst, sondern nur auf 70%, weil ihr ja 30% Crit-Rate bekommt. Das weiß allerdings die Autogravur nicht und dementsprechend kann sie auch eure Runen nicht verbessern oder für eure Situation anpassen. Das könnt nur ihr selber und aus meiner Sicht solltet ihr auch das selber machen. Ihr solltet euch aktiv damit auseinandersetzen, Teams zu bauen. Überlegt euch Team-Kompositionen, geht die Monster-Box durch, schaut euch die Monster an, legt euch die Fertigkeiten durch und versucht euch so ein bisschen zu überlegen, was macht Sinn mit welchem Monster, was brauche ich dafür, um dieses Monster richtig stark werden zu lassen. Und dann kommen die Runen hinten nochmal mit oben drauf. Aber eine Autogravur wird euch dabei nie helfen, weil die Autogravur weiß nicht, dass ihr Bulldozer mit dem Messity zusammenspielt oder dass ihr Bulldozer vielleicht nicht mit dem Messity zusammenspielt, sondern dass ihr ihn vielleicht mit einem Raccoon zusammenspielt oder mit einer Olivia, die übrigens auch eine Runde geben kann, allerdings nur Defense-Bufft. Also das heißt, ihr kriegt dann keinen Crit-Rate-Buff und dann habt ihr schon einen ganz anderen Ausgang. Dann müsste man den Bulldozer vielleicht auf 100 Crit-Rate spielen oder ihr spielt einen Swift-Doser. Das heißt, ein Bulldozer, der sehr schnell ist und nicht so langsam. Weil er, ne, das handelt sehr viele, sehr viele Sachen, sehr viele Wahrscheinlichkeiten oder sehr viele Möglichkeiten, die man die Monster runen kann. Und diese Autogravur-Tool, und das ist für mich der entscheidendste Punkt, ignoriert diesen Punkt komplett. Teambuilding gibt's nicht, laut Samuels War. Wir spielen anscheinend alle nur einzelne Monster und die sind nicht aufeinander abgestimmt. Wer sowas macht, hat noch nie ATL gespielt und wahrscheinlich hat derjenige, der dieses Autogravur-Tool entwickelt hat, das auch nicht getan. Ist meine Vermutung. Grundlegend zum Schluss möchte ich euch noch so ein paar Worte generell noch mit dazugeben zum Thema Autogravur und auch beim Thema Hilfe. Wenn ihr selber Probleme habt mit Runen, haben wir hier auf dem YouTube-Kanal echt eine Menge an Videos über das Thema Runen an sich und wie man welche Monster beruht. Und worauf man auch bei Runen achten sollte, weil viele Leute scheitern schon daran, überhaupt zu wissen, was sind überhaupt gute Runen. Der Grund, der viele Leute haben auch das Problem, oder ein Grund auch, neben denen, die wir heute aufgezählt haben, zur Autogravur, dass ihr keine guten Runen im Lager habt, liegt auch daran, dass ihr nicht wisst, was gute Runen sind. Dafür habe ich schon einige Videos hier gemacht, auf dem YouTube-Kanal. Schaut euch gerne mal um. Und wir bieten natürlich auch nochmal, wir haben auch einen kleinen Discord-Server, wo man auch nochmal Fragen stellen kann. Da sind regelmäßig erfahrene Spieler dabei, teilweise Leute, die in den Top 5 mit rumspielen und da auch gerne mal hilfsbereit mit dabei sind, wenn ihr natürlich eure Fragen stellt. Ihr müsst natürlich auch die richtigen Fragen stellen. Es gibt Leute, die immer so sagen, ja, welches ist der beste Bild für irgendwas? Aber ihr habt es vielleicht schon aus meiner Argumentation heute rausgehört. Überlegt euch richtig, wo ihr ein Monster nutzen wollt und stellt die Fragen auch richtig, dass ihr sagen könnt, hey, pass auf, ich habe jetzt hier einen Bulldozer geruht, das ist ein Gilden- und Beleihungskampfmonster. Wie rune ich den am besten und vielleicht auch mit welchen Monstern rune ich den am besten, in welcher Monsterkombi. Und vor allem denkt in Teams. Das ist nochmal der Abschlusssatz, den ich hier noch mitbringen will. Und dann hoffe ich doch, dass ihr alle jetzt keine Autogravur nutzt, weil ich kann euch nur sagen, das macht euren Account nur schlechter und ihr werdet damit keinen Spaß im Zusammenhaus vorhaben. In dem Sinne, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.